Hier, versuchen wir's mal. Wenn die kommen. Hm, jetzt wollen sie nicht mehr. Kommt ruhig mit Dynamitstangen. Nö, nö, wir bleiben lieber weg. Maschinengewehrmunition, super. Okay. Jetzt geht's in den Steinbruch des Todes. Wir speichern lieber nochmal. So. Zieh nicht auf, was eine Schnellspeichertaste? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Okay, das ist bestimmt eine neue Gegnerart. Au. Die Dinger schon wieder. Okay, wisst ihr was? Ah, okay, man kann doch wechseln. Einfach auf 0 drücken und dann... Ja, da ärgert ihr euch. Holy shit, wir sind einfach runtergesprungen. Aber nicht gestorben. Holy shit, noch mehr Dynamitstand. So, wie war das jetzt? G, ne? Nee. G ist Karte. Hä? Wie hat man denn jetzt nochmal die... Achso, mit Kuh, glaube ich. Hey, ich weiß gar nicht mehr die ganzen, äh, Dingskunde. Ne, mit Kuh war der hier. Wie wirft man denn die Sachen nochmal? So. Okay, diese Mollwürf-ähnlichen Dinger machen mir aber Angst. Ey. Au. Ich renne mal wieder. Au. Die ziehen ganz viel viel ab, muss ich sagen. Au. Oh, oh. Oh. Viel Dynamit. Noch mehr Dynamit. Alles voll hier. Dann verschwenden wir doch mal ein bisschen was. Ja. Aua. Das tat ja uns übelst doll weh. Das ist mir schon besser. Oh ne, da steht schon wieder ein Wärter. Da wird uns bestimmt ans Leder. Okay, wir alle wissen, was jetzt passieren wird. Verdammt! Tschüss. Nein! Hm. Komische Mollwürfe. Oh, oh. Hau dich jetzt. Verpüß dich. Aaaaah! Jetzt will das Ding uns an Kragen hier. Äh, wo ist die hier? Lass mich ran. Die können nur durch... Ich durch und... Oh. Oh scheiße, ich bin da auf alle, glaube ich. Warte mal. Noch mal, aber so müsste er doch hier hochklettern, was wir da ausruhen, ne? Oh. Vielleicht auch hier. Kletter! Tor! Kletter! Er will nicht. Was? Hau dich schon! Pfff! 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 au! Pfff! 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 Moment! Ich muss erst mal die Lage analysieren. Daneben. Irgendwie muss ich da hochkommen. Oh, vielleicht auch hier. Die ganze Zeit von der falschen Seite versucht. Nicht schlecht. Okay, die Gegner sind also ziemlich lachhaft. Was ist das denn da? Das ist jetzt ein Mädchen? Ich mag keine kleinen Mädchen. Also jedenfalls nicht im Videospielen. Genau deswegen. Weil sie creepy sind. Egal, ich muss ja trotzdem hingehen, um eine mögliche Cutscene zu aktivieren. Dann kommen wir hier hoch. Äh, da stehen wir. Zweimal. Was ist der Hölle? Okay. Mal gucken. Kann ich da durchgehen ohne zu sterben? Ach so, nächstes Level. Zurückgewonnenes Vergessen. Okay. Speichern wir mal gerade hier. Zwei kleine Mädchen. Und Monster. Und diese Dinger. Und Dynamitstangen. Und Drogen. Oh, oh. Wo muss ich langen? Wo muss ich langen? Ah. Da. Rein in die Höhle. Oder in die Mine. Und das war so ein Viech gerade. Wer hat die verdammte Idee gehabt, diesen Kack-Steinbruch zu durchqueren? Ich habe bisher noch keine bessere Idee von dir gehört. Im Gefängnis wusste ich wenigstens, wo ich war. Hier weiß ich ja nicht mal, wo links oder rechts ist. Egal. Wir sind... Ach du Scheiße. Jetzt alle in der Hölle. Ja. Ist klar. Oh ne. Oh ne, nicht dir. Ich mach sie nicht. Okay, da muss ich hoch. Oh, das waren wir. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Kann man hier nicht irgendwie klettern? Oh, da steht ein Kiss. Die müssen wir bestimmt benutzen. Aber wie halten die Dinger aus? Ich hätte doch gedacht, ob ich auf Light lieber spielen soll, ey. Ah. Böse. Okay, das war's. TNT. Deine Meisse. Oh ne, die respawnen immer wieder. Okay, scheiß drauf. Ich schieß drauf. Wir sind gestorben. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter wegstehen sollen, als ich da aufgeschossen habe. Jetzt sind wir wieder hier. Scheiß drauf. Oder einfach ein Dynamit hochwerfen. Das geht natürlich auch. Ich renne einfach mal. Wer hat die verdammte Idee gehabt, diesen Kack-Steinbruch zu durchqueren? Ich habe bisher noch keine bessere Idee von dir gehört. Im Gefängnis wusste ich wenigstens, wo ich war. Hier weiß ich ja nicht mal, wo links oder rechts ist. Egal. Wir sind jetzt alle in der Hölle. Okay. Der Stein ist auf uns drauf gelandet. Kein Wunder, dass wir gestorben sind. Man kann ja nicht alles wissen. Yeah. Weiter. Und weiter geht's nach oben. Und noch mehr Dynamit. Ich glaube, ich werfe jetzt mit Dynamitstangen auf die Scheißviecher da unten. Ah. Ah gut, das bringt nichts. Hallo, das ist alt geworden. Hier schreck ich mich dadurch nicht mehr. Und hier geht's wieder runter. Ich glaube auch nicht, dass ich noch weiter nach unten muss. Ich glaube auch nicht, dass ich noch weiter nach unten muss. Oh shit, hier sollte ich besser nicht rumballern. Oh fuck. Okay. Das Ding steht vor uns. Und jetzt speichere ich und sterbe wahrscheinlich direkt danach. Aber ich mache mal eine neue Datei. Und weg hier. Und jetzt werfe ich einfach mal eine Dynamitstange. Mal gucken, was passiert. That should do it. Okay. Noch mehr TNT. Scheiße. Und die Explosionen gehen munter weiter. Au. Oh, wir sind draußen. Fert. Holy shit. Oh, wir sind draußen. Oh, wir sind draußen. Ist da lang oder da lang? Ich weiß es nicht. Sombio. Okay. Vier Monster. Ich renne einfach mal. Den zwei kleinen Mädchen weiter hinterher. Ja. Mach die Tür zu. Nochmal Dynamit. Und da hinten liegt noch was. Wahrscheinlich wieder Drogen. Scheiß drauf. Holy fuck. Ziemlich viele. Weiter geht's. Wer hat's? Ich glaube, der ist leider rausgeschwungen. Wer hat's? Ja, wer hat's? Drücken wir doch einfach mal auf den Schalter und gucken, was passiert. Hä? Äh, okay. Wollt's auch was bringen? Ah. Ah. Okay. Bringt nicht wirklich viel. Vielleicht muss ich das ja später machen. Okay. Oh. Was? Achso, das war ein Leuchbomb. Oh ja, ich weiß nicht.